Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Was ist das da blaue ist? Hier was essen. Reden. Ex-Piraten, Argumon Schwarz. Die Piraten sind weg, aber wir bleiben hier, weil wir kein Zuhause haben, zu dem wir zurückkehren können. Achso, ist das, müsste ja eigentlich auch Black Gabumon hier irgendwo stehen, oder? Was, wäre es total gut trainiert, meine Digimon? Das höre ich zum ersten Mal. Das meine ich ernst. Kriege ich normalerweise nie zu hören. Was, meine Digimon? Ja, Hookmon fehlt hier noch. Ich finde, Hookmon sollte hier wirklich drin sein. Das muss einfach. Das wäre auch irgendwie cool. Okay, wir gehen jetzt nochmal in der Nacht da hinten hin. So, die Digimon ignorieren uns. Dann müssen wir ja schon wieder durch die Cidramon Abteilung. Oho. Können wir hier durchgehen? Danke. Ich will nicht schon wieder durch die Cidramon Abteilung. Oho. Ey, eine Nuss. Meine Nuss. Boah, dann müssen wir schon wieder durch diese blöden Cidramonster. Hast du Schiss? Nein. Ach, Mann. Achso, von Master Chief. Ja gut, ich wollte schon sagen, von mir. Das kann ja wohl... Das kann ja wohl nicht angehen, dass von mir meine Digimons super trainiert sein sollen. Die sind einfach nur da. Naja, aber wir haben zwei Mega Digimons. Das ist ja schon mal super. Ich will diese Technik haben, wo der paralysiert. Ich finde das geil. Ich will auch so eine paralysierte Technik haben. Der ist immer paralysiert damit. Das ist geil. So, erledigt. Empetist. Boah, schon wieder gelobt. Na, nun wollt ihr es aber wissen, wa, Mädels? Nun wollen die es aber wissen. So, das Cidramon begleitet uns fröhlich mit. So, hau ab da. Komisches Cidramon. Kann ich keinen Stein werfen, um sie nach da hinten zu locken oder so? Boah, geschafft. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Das ist jetzt noch nicht die Kajüte. Kajüte. Die hier soll es sein? Warum sehe ich es nicht? Komme ich da vorne ran? Ganz zärtlich. Ganz zärtlich. So. Kriege ich das auch noch? Ja, das kriege ich sogar auch noch. Da vorne können wir auch noch Materialien ausgraben. Okay, dann lasst uns ganz vorsichtig langlaufen. Okay, sie ignorieren uns noch. Gut. Wir haben noch Glück. Wir werden noch ignoriert. Nice. Was? Swims bleiben hängen? Achso. Oh, da. Ach, da glitzert es. Ganz langsam. Keine Panik schieben. Ganz langsam. Sammeln. Hier ist etwas auf dem Boden. Das könnte das Item von Marine Angemon sein. Das nehmen wir mit. Ein altes Teleskop. Aha. So. Na, endlich haben wir das für Marine Angemon gefunden. Ich will auch einen Belzemon. Ja, ich wollte ja eigentlich auch einen Belzemon haben. Das ist ja nur ein zufälliges zweites Chaos Galantmon geworden. Das wollte ich ja gar nicht. Das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Ich hätte auch gerne ein Chaos Galantmon, äh, ein Belzemon gehabt. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Ach, Piratenschrott schon wieder. Ja, komm dir mit. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. So wirklich viel gibt sie uns da nicht für. Sternenholz. So. Oho, kann es sein? Hast du es gefunden, was ich verloren habe? Altestes. Oh, was für eine tolle Antiquität. Aber das ist leider nicht das, was ich verloren habe. Boah. Tut mir leid. Würdest du bitte weitersuchen? Na klar, ich habe auch nichts anderes zu tun. Da suche ich natürlich deinen Mist weiter. Echt, ey. Mäh, schon wieder falsche Taste. Das ist die Karte. Gut, Defekt Ex Machina. Müssen wir ja auch noch hin. Wo hat er nur seinen Scheiß verloren? Das ist ja furchtbar. So, die Nuss ist meine. Was? Natürlich laufe ich männlich durch die Gegend. So. Wieso denn unnötige Kämpfe vermeiden? Ich bin ja nicht Trump, der hier einfach alles in die Luft sprengen will, sondern... Ich versuche ja, das Leben der anderen Digimons nicht zu gefährden. Jetzt seid ihr schon wieder satt. Gehen wir mal schnell. Da werde ich niemals reingehen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe jetzt schon Schiss wieder. Da vorne haben wir irgendwas. Ich hoffe, das ist etwas, was wir... Oh, das ist es. Hier ist etwas, das könnte Marine-Angemon-Sitems sein. Na, natürlich nehmen wir mit. Ein Herzring. Oh, komm, der Herzring, der muss es sein. Hier, ich habe noch was für dich. Ich habe noch was zu verticken. Na, nicht den Herzring. So. In Ordnung, 300 Bit. Haben oder nicht haben. Was? Best of Cased AP? Von mir aus. Hahaha. Hahaha. Von mir aus kann das gerne gemacht werden. Das ist mir egal. Hahaha. Da habt ihr die Zustimmung. Mir egal. Könnt ihr gerne machen. Oh, da ist ein Digi-Pilz. Wir brauchen einen Digi-Pilz. Aber ich renne da bestimmt nicht hin. Ruhe. Oh, ein Gold-Pilz oder ein... Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Was ist das für ein Pilz? Ich habe keine Ahnung. Ein Festtags-Nameko. Aha. Es gibt hier auch eigenartige Sachen. So. Na, wenn es der Herzring jetzt nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Das muss der Herzring sein. Das muss er einfach. Oh, kann es sein, hast du es verloren? Herzring. Oh, ich liebe Herzen. Ich liebe sie, aber ich lasse sie sicher nicht fallen. Tut mir leid. Oh, du blödes Ding. Tut mir leid. Würdest du bitte weiter suchen? Alter. Jetzt gehst du mir langsam echt auf den Zeiger. Alter, jetzt gehst du mir... Was ist das denn da? Ein Riesen-Puni-Mon. Ne, Botamon. Entschuldigung. Angreifen, oder nicht? Komm. Komm her, Botamon. Komm. Ich mach dich platt, Alter. Riesen-Botamon. Hahaha. Wie sieht es aus? Lebenstechnisch. Wir sind beide verwirrt. Okay, das könnte hart werden. Das könnte sehr hart werden. Das könnte verdammt hart werden. So, wir machen das hier. Heilt. Was denn? Darf ich nicht? So. Knallhart. Oh, hat aber nur den einen geheilt. Schade. Oh, 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 oh. Das ist auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit hier. Ha. Alright. Du hast es geschafft. Nein, behalte es ab. Schau es ab. Alter, ob wir das hinbekommen, weiß ich jetzt auch nicht. Der eine ist schon ziemlich angeschlagen. Du hast es geschafft. Schau es ab. Schau es ab. Gut. Feuerattacke. Würdest du jetzt mal bitte die Attacke machen? Ja, will er nicht. Okay, will er nicht. Komm, das kriegen wir doch tot, oder? Gleich noch eine. So, würdest du jetzt... Dürfen wir nicht, oder was? Huch, der ist schon tot. Okay. Reck das, den kriegen wir doch hin. So. Das kriegen wir doch hin, oder? Komm. Tja, das ist. Gleich noch mal. Tja, das ist. Gleich noch mal. So, und jetzt noch mittlere MP-Disk. Hier, die Heilungsdisk. Können wir mal auf den Verwirrten hier hinten machen. So, sehr schön. Ja, ich sollte meine Digimon mehr trainieren, ich weiß. So, sehr schön. In your face, Alter. Und du auch jetzt noch mal. Und dann haben wir das vielleicht gleich tot. Dann haben wir es vielleicht gleich tot. Ja, das fette Botamon besiegt. Sehr schön. Kriegsschrei gelernt. Ja, dafür müsst ihr gelobt werden. Ihr habt ein riesiges Baby-Digimon getötet. Sehr schön. Gott. War knapp, aber wir haben es überstanden. Oh, ich sehe, äh, Internet ist weg. So, glitzert hier irgendwas. Da drüben glitzert was. Da müssen wir mal hin. Ruhe. So. Oh, sie wollen schlafen. Ja, ich lasse sie mal ganz schnell. Ich lasse sie mal ganz schnell hier schlafen. Ah, wo du bei, wir können ja auch campen. Und dann können wir da. Ja, jetzt verliere ich schon fast gegen ein Baby-Digimon. Ich weiß. Es war halt, es war hart gewesen. Es war halt immerhin riesengroß gewesen. Zwei Chaos-Galland-Mons haben, können nicht gegen ein, ein Baby-Digimon bestehen. Das ist schon, ist schon hart, aber wir haben es ja geschafft. Wir haben es ja geschafft, möchte ich sagen. Yay, 10er-Stufe. Ich glaube, 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 ich habe vergessen, was ich wollte. Das hier wollte ich, ne? Bei der Digitation werden sie noch höher. Ja, komm, das machen wir. So. Als nächstes machen wir hier hinten das Trainings-Ding. Das machen wir als nächstes. So, da hinten liegt aber wieder was. So, sehr schön. Alle wieder glücklich. Naja, fast glücklich. Komm schon, ganz langsam. So, sammeln. So, das muss jetzt aber. Aufheben. Verbogener Löffel. Oh, ich wette, das ist das. Allein schon, weil es so doof ist, dass das nur ein verbogener Löffel ist. Das muss es jetzt endlich mal sein. Das muss es sein. Wenn es das jetzt immer noch nicht ist, ne? Dann kriege ich aber einen. Ruhe. Mitnehmen. Digi Hexenholz. Oh, ein Unglückspilz. Na klar, was? So, jetzt aber, komm. Was glitzert da vorne wieder? Glitzert auch immer was. Das ist der Piratenhut oder so, ne? Nehmen wir gar nicht erst mit. Nö. Nein. Ich will keinen Piratenschrott mehr mitnehmen. Das sind nur 300, das bringt mir nix. Oh, hast du es gefunden? Ja, ja, das ist es. Es war so klar. Oh nein, das Ding. Ohne das Ding bin ich verloren. Oh, du solltest mal deinen Blick sehen. Wie kannst du nur mit so einem verbogenen Löffel essen? Aber das siehst du ganz falsch. Hier, schau. Marina angemohnt hat sich den Rücken mit dem verbogenen Löffel gekratzt. Siehst du? Perfekt. Um an die schwer zu erreichenden Stellen zu kommen. Ah ja, okay. Okay, jetzt muss ich mich irgendwie dankbar zeigen. Aber ich habe nur diesen Löffel und den gebe ich sicher nicht her. Aber mein Rücken juckt. Okay, okay, jetzt weiß ich es. Ich gehe in die Stadt. Das ist sicher okay für dich, oder? Ich verlasse den Ozean hier zwar nur ungern, aber mein Löffel ist mir einfach wichtiger. Ja, zum Rücken kratzen natürlich. Ja, habe ich natürlich gerne gemacht. Zum Rücken kratzen, ne? Der hat auch ein Leben. So ist es. Wir sind ja jetzt hier defekt. Ist sie hier? Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Dann wird heute nichts mehr. Schon wieder die falsche. So, jetzt. Okay, hier ist sie noch nicht. Ich würde da mal sagen, wir gehen erstmal ganz normal zurück, wa? Ich komme da durch. Gut. So, das nehme ich mal ganz kurz mit. Weil wir es können. Gut, kämpfen will der nicht. Das ist ganz angenehm. Das ist angenehm, ja. Oder wenn er nicht kämpfen will, ist das angenehm. Dann können wir hier ein bisschen die Materialien sammeln. Digi-Schneeholz. Ist ja alles etwas, was wir noch brauchen. So, Digi-Sand. Ja, da hoffe ich kriege ich noch was Anständiges raus. Digi-Quarz. Naja, gut. Nicht wirklich anständig, aber egal. Ähm, ja, genau. Morgen kommt das Spezial. Morgen kommt das Digi- Äh, das Digimon-Spezial. Ja, ne. Ähm, morgen kommt das Abo-Spezial raus. Als Live- Ich weiß nicht, warum ich Schiss hatte. Keine Ahnung. Okay. Ja. So, das sollte doch eigentlich drin sein, oder? Ja, das ist... Das kriegen wir tot. Ja, das ist gut. Ja, behalte es ab. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut, wenn wir Nahkampf-Angriffe hier haben. Große Heilungsdisk. Oh, ja, das ist angenehm. Ja, ihr werdet wieder gelobt. Ihr habt es ja so nötig. Okay. Genau, vor allem Lachen über Cased. Ja, genau, so in etwa wird es eventuell rauslaufen, aber nur eventuell. Verwirrungskirsche. Ja, das ist meine. Das kann nur meine Kirsche sein, die ich da gerade gefunden habe. Verwirrungskirsche. Schön. Ey, der Live-Team ist dann morgen um 18 Uhr. Quecksilber. Sehr schön. Quecksilber ist gut. Brauche ich ja gar nicht sagen, das schreiben ja schon alle. Ne, der ist morgen um 18 Uhr, der Livestream. Chrom-Digo-Size-Size-Sitz. So, gibt es hier noch was? Da haben wir noch was. Das nehme ich mal alles mit. Weil man weiß ja nie. Lige Onyx. Da haben wir noch was. Oh, hier gibt es so viel Materialien. Die können wir gerade echt gut einsammeln. Schwarze Stigo-Zeit. So. So. Weiter dürfen wir uns gar nicht vortrauen. Weil sonst sterben wir ja. Beziehungsweise, wir können ja eigentlich mal ganz schnell gucken, ob da nicht ähm ob da nicht Angewohntmon ist. Ich weiß nämlich nicht genau, wo sie sein soll. Keine Seine, dass sie auf der Kontrollinsel rum kontrollt. Oh Gott, das sieht hier so übel aus. Schon wieder die falsche Taste. Ich hab zu viel äh Horizon gespielt. Ne, hier scheint sie aber auch nicht zu sein. Irgendwas, was hier in der Nähe ist, was wir mal mitnehmen können. Auch nicht wirklich, ne? Mich würde der Kontrollraum interessieren, aber wir kommen garantiert nicht durch die ganzen äh äh was ich morgen im Livestream mache, ist noch eine Überraschung. Oh Gott.